Geil. Ich hab doch gesehen, wie du dir auf den Arsch geschaut hast. Wie alle. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. Achso, da ist er ja. Achso. Ich, ähm. Mensch. Setz dich. Was müsste ihr Traummann mitbringen, um bei Ihnen landen zu können? Ähm, er sollte kein Aufreißer sein. Dagegen bin ich immun. Da wären Sie die Erste. Sagen Sie mal wirklich, was sollte er haben, um bei Ihnen landen zu können? Ähm, er sollte nett sein und höflich. Und er sollte sich für Kunst interessieren. Und ich möchte Gespräche führen können mit ihm. Du beschreibst ja gerade deinen Vater.